Hey und herzlich willkommen zurück zu Let's Play die Sims 3 Showtime bzw. der Legacy Challenge. Und wir sind ja auch schon fast bei Generation 2. Kann ja mal in den Stammbaum gucken. Eigentlich durf ich, hätte den Stammbaum vielleicht zeigen sollen, huch, wie sich einfach gerade mal schnell ihr Outfit geändert hat, als sie noch ganz alleine war. Also als es nur sie war, weil jetzt ist der Stammbaum ja schon etwas erweitert. Aber naja. In diesem Video bekommen die beiden nämlich ihr erstes Kind. Ist das nicht süß? Und es ist übrigens auch Schneeflockentag. Tabitha schläft gerade noch. Oh nee, sie wacht auf. Warum macht sie denn schon auf? Sie soll noch mal ein bisschen schlafen. Manchmal steht er ja nur bis dann und dann schlafen. Zane, ich wollte schon Ethan sagen, Zane bereitet gerade Frühstück für Tabitha vor. Er war ja schon seit 3 Uhr wach, deswegen hat er schon gemacht. Und es ist Schneeflockentag, das ist das, was ich eigentlich sagen wollte. Glaube ich. Es ist Schneeflockentag, deswegen habe ich Tabitha mal ein Kleid angezogen, was so etwas feierlicher aussieht. Ich habe keine Ahnung. Aber sie hat mal ein Kleid jetzt bekommen, so ein grünes. Und Zane hat auch schon eine Party veranstaltet, die fängt um 1 Uhr, also eine Geschenke-Party, die fängt um 1 Uhr an. Und dann sollen die beiden aber auch gleich noch mal ein bisschen sich besser anfangen. Oh, warum nimmt er denn auch keine Handschuhe? Was hat er denn das für Fynn? Sieht von hier auf so anders aus. Okay, dann müssen wir mal gucken, dass er mal ein bisschen Spaß bekommt. Sollen wir mal ein bisschen tanzen hier? Macht es ihm Spaß, wenn er Sport macht? Workout. Oh, guck mal, Emily hat ein Kind bekommen. Also ich meine, das haben wir ja gestern schon gesehen. Die hat er auch eingeladen, damit sich Tabitha mit ihr auch anfreunden kann. Ich packe das, soll ich das lieber mal? Nee, ich lasse sie jetzt doch mal aufwachen. Ach, sie kann nichts anderes gerade machen. Bringt das einem Spaß? Oh ja, sogar viel. Oder Medium halt, aber das ist okay. Dann, wenn sie aufgestanden ist, das geht aber noch nicht. Also ich hatte nur keine andere Ablage. Oh, weil ich hatte mich ja gefragt, was ich hier draufstellen kann. Dann kann ich das da draufstellen. Ich gebe ihm doch schon mal einen Kuss. Äh, zieh dich vielleicht erst mal schon mal an. Äh, genau, zieh mal dein Alltagsoutfit schon mal an. Okay, dann soll sie ihm nämlich, du, komm mal ganz kurz auf. Und dann soll sie ihm jetzt mal einen Kuss geben. Und dann sich einen Teller nehmen. Und ich wechsle mal ganz schnell in den Kaufmodus, um das hier... Ah, nicht die ganze Dings. Das wollte ich nehmen. Genau. Ach, er hat übrigens jetzt auch den Wunsch bekommen, das kalt ist auch fehlerhaft, äh, einen Jungen zu bekommen. Ich habe selber auch noch nicht nachgeguckt, was es wird. Okay, stopp. Ich hätte gerne einen Screenshot davon. Und deswegen werden wir die Wand auch nochmal anmalen. Oh. Ich glaube, ich hatte das schon sehr, sehr lange nicht mehr, dass die Beziehung zwischen einem Ehepaar so schlecht ist. Also es ist ja nicht schlecht, aber normalerweise ist die bei mir immer voll ausgelastet, auch vielleicht ein bisschen drunter. Ach so, das Bad habe ich jetzt... Also das Bad habe ich schon einigermaßen eingerichtet. Ich glaube, ich werde mir noch so Clutter fürs Bad installieren, beziehungsweise aktivieren. Ähm, ich glaube, ich habe mir neulich so ein Teelichter-Set runtergegangen. Ich weiß nur noch nicht, weiß jetzt nicht, ob ich das schon bei CC Magic drin habe oder nicht. Äh, das Schlafzimmer habe ich jetzt noch nicht gemacht, weil sie halt im Bett geschlafen hat. Das war ein bisschen blöd. Ähm, Esszimmer, da fehlt halt... Also ich kann ja natürlich noch ein paar Deko-Sachen hintun. Und halt Wohnzimmer noch, weil das Set... Ups. Bin ein bisschen näher zu ihr ran. Das Set, was ich jetzt... Er hat, glaube ich, auch sich da an den Platz gesessen... Äh, gesetzt. Hingesetzt. Das Set, was ich mir jetzt geholt habe, warte mal... Das heißt, das hat jetzt mal geklappt mit dem Platz hier. Ach, da ist er. Okay. Ich hatte nämlich bei den... Letztes Mal, wo ich versucht habe, eine Geschenke-Party zu feiern. Immer wieder das Problem, dass nicht genug Platz für diesen Teppich war. Und dann rollt man extra Platz, wo eigentlich genügend Platz ist für diesen Teppich. Und es funktioniert trotzdem nicht. Die bekommen dann trotzdem nicht. Was dann immer ein bisschen nervig ist. Oh, warte mal. Das räume ich mal eben schnell... Hier hin. Du... Du kannst ja mal zu deiner Frau gehen und sie ihren Kuss geben. Oh, sie muss auf Toilette. Warte noch mal ganz kurz. Ups, das wollte ich nicht. Ich wollte einen Screenshot. Okay. Dann lasse ich sie jetzt mal auf Toilette gehen. Achso, was ich gerade noch sagen wollte. Du kannst hier aufräumen. Das Wohnzimmer habe ich jetzt auch noch nicht eingerichtet, weil das Set, was ich jetzt aktiviert habe, das hat mir dann doch nicht so gut gefallen. Da muss ich mal gucken, dass ich ein anderes ins Spiel reinhole. Beziehungsweise installiere, aktiviere. Wie auch immer. Und ja, und ich muss dann mal gucken, dass ich auch noch mal ein Kinderzimmer-Set ins... Ich glaube, die habe ich halt noch nicht in CC Magic drin installiert. Ich hatte, glaube ich, immer in den Mod-Ordner gepackt. Ich glaube, das ist auch eine Wirklichkeit. Wie ihr ganz simpel Custom-Content installieren könnt. Einfach als Package... Also ihr braucht es dann halt als Package-Datei und dann halt in den Mod-Ordner. Das mache ich halt wirklich, wenn ich es nur dieses eine Mal brauche und gerade keine Lust habe, es zu installieren. Das kannst du mal sauber machen. Und wenn du fertig bist... ...kannst du ihn ja mal umarmen. Und da kommen auch schon die ersten Gäste. Ich frage mich echt, warum das Spiel gerade so dermaßen hängt. Weil am Anfang hat es ja noch einigermaßen funktioniert. Oh. Oh. Können ja mal Musik anmachen. Ich glaube, ich habe den in Optionen ja aus. Und dann soll er noch ihren Bauch berühren. Und mit dem Baby reden. Und ich mache mal Play und hoffe, dass das jetzt funktioniert. Und Listen to Tami. Jetzt wurde er zu einer Party eingeladen. Toll. Wenn ihr Tipps habt, wie man das verbessern kann, beziehungsweise... Ich weiß auch nicht. Weil die brauchen eine Stunde, um eine Interaktion zu machen. Das macht mich gerade wahnsinnig. Ich bin so kurz davor, gerade den Relativity Mod zu aktivieren. Oh. Was war das denn jetzt? Achso. Aber er hat auch schon seinen Bonus bekommen. Okay. Süß. Wir können ja hier auch mal Wetten machen, wann er die nächste Interaktion anfängt. Ich sage... Vier... Vier Uhr zehn. Ich habe mal die beiden anderen Aktionen jetzt mal gelöscht, dass er auch... Dass die beiden auch bei der Geschenke-Party mitmachen können, beziehungsweise... Ist ja das ja jetzt auch. Okay. Aber wahrscheinlich dauert es bis vier Uhr zehn, bis diese Interaktion überhaupt erst mal beendet wird. Nee. 3.30 Uhr. Achso. Ja, doch. 3.30 Uhr. Oh, die haben Essen mitgebracht. Cool. Oh, ich glaube, ich lag mit 14 daneben. Ich glaube, es ist noch später. Obwohl, nee, die beiden kommen. Cool, cool, cool. Vielleicht hätte ich für mehr Ersatzgelegenheiten sorgen sollen. Warte mal. Machen wir hier noch Stühle hin. Und den Schuh können wir ja auch mal nehmen. Ich hatte auch vorhin kurz die Idee, dass ich vielleicht einen Mistelzweig für die beiden aufhören kann. Aber ich weiß auch gar nicht, wo es die genau gibt. Ich muss mal gucken. Gibt es die mit Jahreszeiten oder war das von dem Store? Beziehungsweise doch, dem Store. Gibt es das von hier? Warte mal. Ich sortiere das mal nach Jahreszeiten. Das mache ich so selten. Nee. Ach ja, hier gibt es das. Okay. Wo haben wir denn genug Platz da? Süß. Und schauen wir den Kuss unter dem Mistelzweig. Oh, sie glaubt, der ist im Platz weg. Das ist okay. Schön. Tabitha, setz dich einfach da hin, wo der Platz jetzt gerade frei geworden ist. Jetzt gehen sie alle, oder wie? Gehen die jetzt alle? Na, bei mir macht es eine gute Party. Aber ich wollte ja noch, dass Tabitha sich mit den beiden anfreundet. Aber ich glaube, das könnt ihr immer noch machen. Okay, die gehen jetzt alle. Also es ist nicht so, dass ich jetzt hier viel Action rausgeschnitten habe, sondern es ist tatsächlich über die ganze Zeit, die ich jetzt übersprungen habe, einfach nichts passiert. Oh, jetzt passiert was. Sie nimmt sich was. Sehr gut. Ah, jetzt bekommt Tabitha ein Geschenk. Warte mal. Oh, mir fällt gerade auf. Äh. Smartphone. Ignore Call. Mir fällt gerade auf, dass ich hier gar keine Deckenbeleuchtung habe. Was hat sie denn jetzt bekommen? Wo kommt er jetzt auch was? Ne, er guckt nur. Ein Schachttisch. Okay. Irgendwie finde ich die Schachttische nicht so schön. Hau mal. Das mit dem Mistelzeigen möchte ich aber auch noch sehen. Und zwar sehen. Oh. Habe ich das damit jetzt abgebrochen? Okay, jetzt bekommt er nämlich auch ein Geschenk und dann haben sie ja alle was bekommen. Okay, davon möchte ich auch noch ein Bild machen. Habe ich das eigentlich bei Tabitha gemacht? Ich habe keine Ahnung. Äh, er freit sich. Okay, ich glaube, die Dings ist ja jetzt auch vorbei. Was hat er denn bekommen? Ein Laptop. Wow, ich finde sein Geschenk besser als das von Tabitha. Passt aber auch zu ihm, weil er ist ja ein Workaholic. Ich habe den jetzt... Sie bekommt noch eins? What? Ne, ich könnte mal auffallen, was hat sie jetzt? Eine Lampe. Er bekommt einen Laptop, sie hat einen Schachttisch und eine Lampe. Okay, mach das doch nochmal. Also mir ist gerade eben auch aufgefallen, ich habe noch keine Deckenbeleuchtung. Okay, das ist doch schon viel besser. Ich habe jetzt so eine richtig fette Lampe auf dem... Das ist ein maler Success. Ja, das ist okay. Und das können wir auch gerade nochmal in den Kühlschrank räumen. Kommt der jetzt auch? Get Gift. Hör mal auf. Ich kann das aber auch gerade nicht weg. Hä? Dann mache ich das mal bei ihm. Mal gucken, ob das funktioniert. Dann... Ach nee. Okay. Das ist übrigens die fette Lampe, die ich da gerade platziert habe. Aber sie macht es auch schon hell. Dann jetzt nochmal. Wird bei ihm das angezeigt? ich hoffe, dass er das jetzt nicht ablehnt. weil er Hunger hat. Oh, ich mache mal kurz die Decke hin. Jetzt sieht man halt leider auch diese fette Lampe. Oh, ich möchte mal gucken, ob ich da noch einen anderen Winkel hinbekommen, wo man sie besser sieht. Ah, okay. Ah, okay. Das sieht irgendwie ein bisschen weird aus. Oh, wie süß. Na ja, okay. Dann soll er sich doch mal was zu essen holen. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Er hat eine schöne Stimmung deswegen. Okay. Dann kann er sich ja mal Rüste nehmen. Irgendjemand hat Olive Platter. Oh, das klingt interessant. Nehmen. Und sie schicke ich nochmal kurz ins Bett, bevor das Baby kommt. Oh. Ich habe das Gefühl, jetzt, wo ich die Wände so halb hoch, halb runter gemacht habe, funktioniert das mit der Steuerung ein bisschen besser. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, aber vor allem hänge ich die ganze Zeit in der Wand fest. Die beiden brauchen noch ein Babybettchen. Warte mal, das will ich noch schnell... Oh, oh, oh. Das Baby kommt, das Baby kommt. Wollen wir das hier nicht angezeigt? Ach doch, da. Dann darfst du doch nicht schlafen. Hä, war er jetzt schon auf Toilette? Achso, es wurde noch gar nicht angezeigt bei ihm. Okay. Ich glaube, bis die Wache ist, kann er auch noch auf Toilette gehen. Aber geh du doch mal schon mal hier in den Flur. Und du kannst dich dann gleich mit ins Krankenhaus begleiten, auch wenn du müde bist. Okay. Und dann take to hospital. Dann überspringe ich mal, bis das Baby auch wirklich da ist. Ein Baby-Boy. Ähm. Lass mich mal überlegen. Beziehungsweise nachschauen. Okay. Ich hab jetzt mal geguckt. Ich hab mir tatsächlich irgendwann mal ne Liste angelegt. Und zwar Keith. Es wird lustig werden, den Namen auf Dauer auszusprechen. Ah, wie süß. Ich ändere ich das Outfit nochmal, aber egal. Okay, und dann sollen sie doch Baby Keith mal nach Hause bringen. Keiner von den beiden hatte eigentlich den Wunsch, ein Baby zu bekommen. Sie hatte ja noch nicht mal den Wunsch, was für ein Geschlechtes hören soll. Äh. Sag ich, wäre das bei den beiden doch besser gewesen, wenn es ein Unfall gewesen wäre. Naja, egal. Tabitha, geh mal hier hin. Das kann sie nicht mehr bei Schlacht drin. Das ist ein bisschen schwer. Sagen, geh du auch mal hier hin. Ah, der ist halt richtig müde. Äh. Ich geb ihm mal das normale Outfit. Und dann darfst du ihm mal... Ist er denn glücklich? Ja, sehr gut. Nee, er hat noch keinen Job, natürlich. Äh, Tabitha. Du darfst ihm mal kuscheln und dann ins Bett bringen. Guck mal, wir haben endlich die zweite Generation. Das macht mich happy. Also jetzt hab ich das Schlafzimmer doch nicht mehr eingerichtet. Naja. Ich geh mal ein bisschen runter. Nee, runter, runter, runter. Ich möchte es nämlich sehen, wie sie ihn kuschelt. Hier fehlt auch eine Deckenbeleuchtung, aber egal. Und da kommt der Zane. Oh, wie süß. Oh, wie süß. Okay. Zane, dann darfst du deiner Frau noch einen Kuss geben. Romantic Kiss. Und dann dürft ihr beide schlafen. Oh. Und hier beende ich dann auch das Video. Ich schicke die beiden nur noch ins Bett. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, dass das mit dem Ruckeln und, ja, dem Zögern und so, dass das irgendwann auch wieder besser wird. Vielleicht werde ich dann das irgendwo nochmal ein Voice-Over oder sowas machen, wo ich das nochmal erwähne. Ups. Wenn wir schon bei einem Thema sind. Naja, aber ich beende das Video. Trotzdem hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht sehe ich euch ja im nächsten Video wieder. Tschüss. Ich war erstmal zur Früh. Jetzt bin ich fast. Hm? Ich bin ja. Oh, okay.